Also, ich muss euch kurz mal etwas erklären. Ich habe eine Magen-Beepass-Operation gemacht. Vor vier Jahren. Weil ich einfach zu dick war. Ich habe mich falsch ernährt. Zucker, Eier, Kohlenhydrate, Rösti, Rösti-Kroketten, Pommes frites. Fischknusperchen habe ich sehr gerne gegessen. Fischstäbchen und Käse habe ich auch sehr gerne. Das alles hat dazu geführt, dass ich 140 kg geworden bin. 63,87 Meter. Am 1. Juli habt ihr einen? Ja. Und dann bin ich einfach mal ins Spital gegangen. Und wie ich gehört habe, mit dem ...